RE6 von Leipzig Hauptbahnhof, Ankunft 21.25 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt! Moin! Willkommen auf dem Hauptbahnhof in Chemnitz. Heute fahre ich mit dem Regionalexpress RE6 nach Leipzig. Im Jahr 2022 sind hier noch klassische Wendezüge im Einsatz. Mit Diesel-Loks der Baureihe 223, auch bekannt als Herkules. Betreiber ist die mitteldeutsche Regiobahn. Information zu RE6 nach Leipzig Hauptbahnhof über Bad Lausick. Abfahrt 21.31 Uhr. Heute von Gleis 6. Direkt gegenüber. Ich wiederhole. RE6 nach Leipzig Hauptbahnhof über Bad Lausick. Abfahrt 21.31 Uhr. Heute von Gleis 6. Direkt gegenüber. Zum Einsteigen geht es drei Stufen nach oben. Ein Blick auf die Bahnhofshalle von Chemnitz. Dann fahren wir ab. Die Bahnhofshalle von Chemnitz. Dann fahren wir ab. Der erste Halt ist Burgstedt. Hier ist auch einer der Endpunkte der Chemnitzer Citybahn. Abfahrt aus Burgstedt. Im geräumigen Fahrrad- und Mehrzweckabteil direkt hinter der Lok. Die Bahnhofshalle von Chemnitz. Die Bahnhofshalle von Chemnitz. Die Bahnhofshalle von Chemnitz. Dies ist noch klassische Eisenbahn, mit Schwenktüren und Fenstern, die sich richtig öffnen lassen. Im Sommer finde ich die frische Luft oft angenehmer als die stickige Luft einer Klimaanlage. Wir fahren durch den Bahnhof von Kossen. Kurze Zeit später überquert der Zug die Zwickauer Mulde auf dem Göhrener Viadukt. Als nächstes halten wir in Narsdorf. Es folgt ein längerer zweigleisiger Abschnitt, auf dem sich Züge begegnen können. Züge 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir verlassen Geithain. Ein Gewitter zieht auf. Im Hintergrund fängt es an zu blitzen. Die Bahnstrecke führt in einer weiten Kurve an einem Gewerbegebiet entlang. Während wir Bad Lauseck erreichen, blitzt es immer häufiger. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die meisten Wagen in diesen Zügen haben Abteile mit sechs Plätzen, wie es lange Zeit im Schnellzugbereich üblich war. Die Schalttafel ist in Deutsch, französisch, italienisch. Und russisch beschriftet. Ganz klar ein Wagen, der von der Deutschen Reichsbahn der DDR stammt. In Leipzig, in der Nähe der Kohlwegbrücke, treffen wir den Gegenzug, der gerade nach Chemnitz gestartet ist. Bald darauf kommt die Leipziger Innenstadt in Sicht und dann der Hauptbahnhof. Damit sag ich für heute tschüß – und bis zum nächsten Mal! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.